Liebe Fahrgäste, einen Augenblick, ich muss mal kurz auf stille Öhrchen, okay? Oh, fast auf mein Engel, du bist ausgesperrt. Klingelingeling, hallo! Oh, äh, ist jemand da? Ich muss mal aufs Klo. Ach, verdammt, hallo? Ich bin's, der bekannte Obdachlose, wollte ich gerade sagen, der bekannte Busfahrer. Weide mal Thunderlock, weide mal Gm, ach Mann! Hallen, 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 hey, hey, du! Ich muss aufs Klo, verdammte Scheiße, egal. Busch. Äh, ist hier jemand? Moment, okay. Oh, oh Gott, hier ist das schön. Oh. Nee, Omi, du kommst jetzt nicht zurück. Nein, geh weg, Omi. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, egal, egal, ich muss jetzt hier los. Omi, nix gemacht, ich hab Usaiya gesucht. Puh, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag. Tut mir leid, der Hose ist noch so ein bisschen offen, aber gut, wen stört's dann auch hier zum Bus-Simulator auf der Xbox One X zur neuesten Folge. Ja, manchmal ist es so, manchmal muss der Mensch, was er machen muss, mal aufs Klo gehen und, ach du Scheiße, wir haben eine Minute 20 schon Verzug. Ja, ja, meine lieben Fahrgäste und auch ihr Leute hier vor den Smartphones, Tablets, Fernsehgeräten, äh, Beamer und natürlich selbstverständlich Kinoleinwänden, äh, wir werden versuchen jetzt mal hier ein bisschen die Zeit reinzuholen. Ähm, was sagt ihr, schaffen wir es bis zum ZOB die Zeit fast auf Null zu setzen? Dann schreibt es mal in die Kommentare, ich bin gespannt, ich versuch mein Bestes hier. Äh, selbstverständlich werden wir natürlich einige, äh, ja, Fahrregeln und einige Gesetze hier brechen, wir werden wahrscheinlich hier richtig viel Miese machen, aber vielleicht habt ihr ja eine Ahnung, meint ihr, ich bin noch in dem Bereich, dass ich sogar noch Plus mache, dann schreibt es auch mal in die Kommentare. Also, ich bin mega gespannt. Schnell los, zwei Minuten, oh, 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 wir haben noch ein paar Möglichkeiten, wie gesagt, da kommen noch ein paar Haltestellen, wo wir ein bisschen mehr Zeit gut machen können. Achtung, liebe Fahrgäste, nächste Zeit ist Siegweiden, schärfe Bremse, okay, alles einsteigen. Okay. Oh, 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 oh. Nach vorne gucken. Hoppala. Na, siehst du, 1 Minute... Achso, 1 Minute 12 ist die Zeit, die wir jetzt... Okay. Okay, liebe Fahrgäste, festhalten. Wir driften. Haha. Der hat sich auch gedacht, alter Falter, was geht hier ab? Puh. Äh, nächste Halt. Ach, da oben. Sehr gut. Kann man schon ein bisschen Zeit gut machen. Ey, wer muss hier aussteigen? Aber ganz schnell, Kollege. Okay, wie gesagt, nächste Halt ist Siegwein Lido. Oh, Kollege. Ganz schlecht. Ciao. Ja, gleich. Und weiter geht's. Scheiße, das tut mir so leid, Kumpel. Ja, wir haben nicht nur Fahrgäste... ...vergessen mitzunehmen. Ach, puh, das war aber knapp. Wir haben eine Rolli einfach übersehen. Joa, meine sehr geehrten Damen und Herren... Oh, ich sehe sehr kaum. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Fahrgäste, Hallihalöchen auf der, ja, freudig-fröhlichen Fahrt. Zu Ihrer rechten Seite sehen Sie ein paar Kühe. Machen Sie ein paar Fotos. Wir sind auf alle Fälle auf dem Weg zum ZOB. Aktuell haben wir aufgrund von technischen Problemen und ein paar menschlichen... Ja, menschliches Versagen, nennen wir es einfach mal so. Äh, ein bisschen Verspätung. Ich versuche aber mein Bestes mit all meinen Künsten und Fähigkeiten, die natürlich wieder reinzuholen. Sollten sich aber trotzdem ein wenig festhalten. Äh, ja, das war's eigentlich schon. Bis dahin, machen Sie's gut. Auf Wiedersehen und Tschüss. Hopp. So, nächste Halt ist Eichenstraße. Und alles aussteigen. Hallöchen, Hallihalow. Hallo. Und weiter geht's. Puh, 20 Sekunden schon mal gewonnen. Mal gucken. Was, 40 Sekunden für eine Haltestelle? Nee, die sind ja sehr optimistisch. Und dennoch ist einsteigen lassen. Alter Falter. Kann man einfach mal durchbrettern? Muss hier jemand aussteigen? Ja? Nein? Wartet da jemand? Oh, da wartet... Ach doch, da warten wir nicht. Ach, da will auch jemand aussteigen. Mann, warum auch? So. Und weiter geht's. Ja, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben. Goliath-Gasse. Goliath-Gasse. Okay, wir sind schon mal im Plus. Wir brauchen noch ein bisschen bis Goliath-Straße. Wie müssen wir eigentlich jetzt da fahren? Ja, gegen die Zeit und gegen die Statistik. Ich will auf Platz 1 sein. Der zuverlässigsten, pünktlichsten Busfahrer. Ach, da hinten? Er ist geradeaus. Okay. Scheiße, 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 scheiße. Hopp, 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 hopp. Keine Zeit. Ist egal. Genau, Rot-Grün-Schwäche. Alles erfasst. Oh, sind wir gut? Knapp nur noch 10 Sekunden. So, nächster Halt ist, äh... Joa, Gasse. Ha, einfach Gasse. Aussteigen, dankeschön. Schnell, hopp, hopp, hopp. Reifenwechsel, zack. Und weiter geht's. Wo müssen wir jetzt lang? Nächster Halt ist ZOB schon. Ui, 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 jetzt müssen wir uns ranhalten. 3 Minuten 17. Boah, yes. Okay, oh nee. Leute, schneller. Ja, ganz knapp. Ui, 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 ui. Ah, verdammt. Oh nee, Mist. Ah, scheiße aber auch. Ja, Blitzer. Bisschen abgelenkt gerade. Alles gut. Ah, yes. Wo müssen wir lang? Nächster links. Da rein. Da hinten rein, okay. Ja, driften, like. Speedy. Oh shit, zwei Minuten nur noch. Ich glaube, das schaffen wir, Leute. Grün ist auch noch. Ja, sehr schön. Oh, jetzt die Kurve hier nehmen. Vorsicht und jetzt hier rein. Ha, haben wir geschafft. Oh, hoppla. Haben wir jetzt richtig viel Minus gemacht? Katze. Oh, 40.000 noch zum Ende. Natürlich. Ja, moin. Egal. Wir sind pünktlich angekommen. Die Menschen wahrscheinlich im Bus, denen geht es nicht so gut. Und, oh, der Heidebucht 5 ist ja schon hier. War rasant. Allemal. Okay. Bitte alle aussteigen. Wir sind da. Puh. Ja, liebe Leute. Das war's. Okay. Wer jetzt quasi richtig getippt hat, dass wir pünktlich ankommen, der hat richtig gelegen. Zum Ende hin noch die 40.000 zu kassieren, war ein bisschen schlecht gewesen. Aber es ging ja um die Pünktlichkeit. Weil, was haben wir heute gelernt? Egal, ob Mensch, Gegenstand, Maschine, alles kann niedergemäht werden. Hauptsache, ihr seid pünktlich. Dann seid ihr quasi bei meinem Busunternehmen vollkommen richtig. Muss ich mal sagen. Joa. Geben wir mal ab. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen angenehmen Tag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses schöne, knappe Video. Und dann sehen und hören wir uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. Ach komm, wir machen hier noch einen richtig schönen Drift. Das war jetzt wirklich so cool gewesen. Mehr Minus können wir ja gar nicht machen. Komm, einen kriegen wir noch hier hin. Einmal hier rum. So. Wir werden nämlich da hinten, wo wir gleich links fahren müssen, einen richtig schönen U-Turn machen. Quasi hier, wo im Check. Weg, weg, weg. Oh, nice. Ha. Und damit, ja. Können wir auch ins Feierabend gehen. Oder in den Feierabend gehen, besser gesagt. Bis dahin. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Und Tschüss. Vorsicht, Leute. Vorsicht. Busfahrer macht Feierabend. Svenny, grüß dich. Kriege ich die Kurve hier? Ja, ach komm. Genial. Also, ich bin wirklich der beste Busfahrer aller Zeiten. Vorsicht. Abkürzung. 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 Oh, Fahrrad. Opi, willst du aussteigen? Schade. Pech gehabt. Hallo. Mann, da kommt, Leute. Nicht immer nur gucken, sondern einsteigen. Ja, die Schuhr scheint blockiert zu sein. Oh, der Letzte, der rennt ja auch noch da durch. Mann, wo kommt ihr denn alle her? So, jetzt aber. Wo? Nein, das gibt's doch nicht. Komm. Bitte. So. Nein. Mann. Mann, das gibt's doch nicht. Wo kommst du denn jetzt her? Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Nee. Mann. Was macht ihr denn hier? Okay, ich warte jetzt ab. Ey. Das kannst du ja gar nicht spielen. Das gibt's ja nicht, ey. Wo kommen die auf einmal alle her? Wir müssten doch hier irgendwie eine Abkürzung finden. Okay. Okay, hier durch. Okay. Nein. Da. Los. Da durch. Ja. Sehr schön. Ja, ja, ja. Komm. Zieh, Burschi. Nein. Bleib ich denn schon wieder hängen? Das gibt's doch nicht. Ja. Nein. Das kommt hier auch noch. Komm, fahr vorbei. Fahr vorbei. Wenn wir jetzt hier nämlich durchkommen. Ja. Nein, du wartest hier. Du wartest hier. Oh, was ist denn hier los? Bleib ich denn schon wieder hängen? Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Mann. Okay. Da kommt der Nächste. Okay. Muss ja Platz machen hier. Ey. Weg da. Ja. Was haltet ihr euch denn hier auf? Hallo. Ach, scheiße. Das Leben ist so wunderbar. Denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt. Für ne besondere Zeit. Bis bald.